Heute ist Halloween in dem Video und wir wollen heute einige Leute mehr erschrecken und zwar habe ich die Adresse von einigen Zuschauern rausbekommen hier in Flensburg am nördlichsten Punkt Deutschlands fast zumindest und wir werden jetzt von Haus zu Haus gehen und diese Adresse mit meiner Maske Halloween-Lieder singen und dann wer mich erkennt bekommt einen Punkt, wenn die mich nicht erkennt bekommt ich einen Punkt. Hier ist eine Kamera drin versteckt, die halte ich immer so. Mats hat eine Kamera, der versteckt sich hinter der Tür und wir wollen mal gucken, was da so passiert. Los geht's. Oh, hier gibt's nichts. Was ist grün und stinkt nach Fisch, Werder Bremen. Sollt ihr jetzt was haben? Nee. Hm, Bremen-Fan. Nein, an alle Bremen-Fans, ich habe natürlich nichts gegen mich für den Spruch. Ich halte einfach konsequent weiter meine Hände auf. Ich halte einen Moment, wenn ich schon was bekomme. Oh, sie sind da draußen. Heute sind alle Geister wach. Alle Hexen auf dem Dach. Monster schleichen um das Haus. Du umgehst uns schnell was Süßes raus. Ja, viel Süßes. Ja, viel Süßes. Ihr könnt euch Schnaps geben. Ja. Schnaps. Du hast tot. Du bist tot. Nein, ich habe es leider nicht erkannt. Das tut mir leid. Wenn ich nicht erinnert. Ja. 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 So kann ich ein Buch. Wir sind hier gerade am Sauber machen. Ja. Ich bin gerade am Sauber machen. Dann hauen wir mal schnell wieder ab. Ja. 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 Wie ist das? Du hast mich nicht erkannt. Nee. Oh. Jetzt hast du leider verloren. Schade. Ja. Das ist leider auch. Da ist mir direkt das Essen auf der Hand. Machst du auch schon Halloween laufen? Oder wirst du geschlagen von mir? Sollen wir dich rausholen? Ein Männlein steht im Wald ganz still und stumm. Es hat vor lauter Uhr pur ein Männlein rum. Sag mir mach das Männlein ein. Das da steht im Wald allein. Äh, ein Männlein. Guter Tag. Tag. Wir würden ja nicht Heaven überraschen. Den, wen? Heaven. Der ist nicht da. Der ist nicht da. Nein. Mist, Mist, Mist. Der ist ja nur unterwegs. Oh, Kacke. Ja. Nein. Du glaubst nicht. Torge. Ich will mich überraschen. Mit Dächer. Ich habe Hunger. Oh mein Gott. Tschüss drauf. Mein nächstes Mal im Jahr. Happy Halloween. Hallo. Eine Idee? Wow. Hallo. Eine Idee, wer das ist? Nein? Okay. Was wollt ihr haben? Rascht ihr? Mhm. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Was für seid ihr? Kennen wir euch? Ja. Ja. Einige. Das tut mehr als leid. Die haben mich nicht erkannt. Das ist nicht wahr. Nein. Tja, das ist das Halloween-Spiel. Das ist natürlich doof jetzt überhaupt. Ronja. Ronja. Ganz cool. Aber nett, dass ihr aufgemacht habt. Die meisten machen uns nämlich gar nicht auf. Ich hab für sie gesungen. Dann find ich auch mal eine Bon-Dom-Sahme. Das ist hier noch geil. D. Abo. Oh. Scheiße. Du hast mich nicht erkannt. Warte. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich hab hier 10 Minuten gestanden und gesumpft. Warum macht ihr das? Weil das ist das neue Halloween-Spiel. Du musst mich erkennen. Kann ich bitte nicht hingekommen. Du hast mich nicht erkannt. Das ist ein Punkt für mich. Oh Scheiße. Ich hab hier 10 Minuten im Regen gestanden. Können wir mal gucken. Das ist kein Ernst. 10 Minuten hab ich hier gesungen. Und gesungen. Ein Männlein steht im Walde. Und ich dachte, was sind das denn für Spasten? Vielen Dank, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Ähm. Ich habe gewonnen. Es war vielleicht ein bisschen zu schwer mit der Maske. Aber ich dachte, vielleicht erkennt ihr mich an meiner Stimme. Aber nicht wirklich. Ähm. Schönen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag. Und nächsten Samstag kommt dann Andreas, der Bachelor, mit der letzten Kandidatin. Und jetzt sage ich Tschüss. Oh! 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 Also, das war nur ein Samstag. Du bist auch megacool. Du bist eigentlich der heimliche Samstag. Ha! Ha! Das ist drauf! Das ist drauf! Ich kündige! Danke! Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.